Traumtor beim amerikanischen College-Fußball. Im Spiel zwischen Michigan University und Ohio State gelingt James Murphy dieser sensationelle Treffer. Viele Beobachter meinen, besser hätte es ein Thierry Henry auch nicht hinbekommen. Die Zeitlupe verdeutlicht, wie meisterhaft Murphy diesen technisch anspruchsvollen Schuss ausführt. Der spektakuläre Clip wurde bei YouTube schon mehr als eine Viertelmillion Mal angesehen.